Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier. Und auf diesem Kanal ist ein Vollumbrech. Und ja, heute machen wir wieder Combo Mastery. Oh no 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 no. Oh no no no. Ja, ähm, Legendary Starter Pack. Was ist denn das? Hm? Du bist ein Ops, weißt du das? Das verstehe ich auch. Normalerweise gibt er sich nie Mühe. Normalerweise beeilt er sich nie. Du bist doch sowas von blöd. Okay, Magasin. Klicken wir da unten drauf. Ähm, normalerweise, ich hab mich schon gefragt, warum will der jetzt schon alles soweit vorbereiten? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, ja? Alle Leute, die sich kennen, das ist russisch. Kürrlich, ja. So, also, dann haben wir hier Karti und dahinten haben wir Mastery. Oder Mastery. Ich wollte erst Chinesisch reinmachen, ne? Chinesisch, du schwindst wohl. Ich wollte wirklich Chinesisch reinmachen, einfach aus dem Grund, weil dann sieht man einfach gar nicht so gut. So, also, jetzt gehen wir mal hier rein. Ähm, erste Kombo ist Roundhouse. Roundhouse. Gab's ja erst vor kurzem für die 1000 Steine. Weiterkarte und Fieder. Hab ich mir für 1000 Steine, soweit ich das in Erinnerung habe, auch hier für diesen Account geholt. Aber 500 Gems, zumal, da ich es ja jetzt einmal schon geholt habe, müsste ich jetzt zweimal 500 Gems rausgeben. Ist es mir dann doch nicht wert. So, dann gehen wir in die nächste Kombo rein. Das ist Vincent van Boomhauer. Ähm, ja, also ein Boomhauer mit Kunstkarten. Also, 500 Gems dafür. Oh, da unten ist in Mythic insgesamt gesehen. Aber selbst da, ne? Elffach Cripple All, naja, mach ich mir dann. So, also gehen wir in die nächste Reihe, das ist die Dancing Peggy. Wer eine Peggy am Start noch hat, also in Mythic zum Beispiel. Ja, die ist halt sehr defensiv, diese Kombo, aber doch schon sehr effektiv. Na, das Ding, das kann ganz schön wehtun. Also wer die Dancing Peggy gerne mal spielt, der kann sich jetzt diese Kombo Mastery hier sichern. Dann gehen wir mal ins nächste rein. Das ist der Space Walk. Und jetzt kommt der Oberknüller. 3 Kombos. Einmal hier das Raumschiff, dann das Flugzeug. Und ja.